ja willkommen bei namen ist an die warte und wir begrüßen euch zuletzt bleiben mario party acht ja in der mini spiel dinge ins kirchen die spiel dinge ins kirche glaube man sich ja machen du musst mich jetzt erleiden wir auf freie wahl gespielt einfach mal sagen mal zehn mini spiele ja ich nehme mal jetzt kommt einfach nur mini spiele irgendwie marathons und mein gott wie ich da stehe weil du stehst nicht zu spät so viele mini spiele ja tun sich in der welt der mini spieler aus und sie können auch sehen wie viele wir bereits haben alle wir haben wir haben noch nicht sieben spiele dann wähle ein mini spiel na toll die menschlein ist das ist so machen wir spielen uns einfach mal zehn spiele die er aussieht ok er möchte die ich möchte auch gewinnen hallo aber nicht immer diese wischspiel machen doch genau dieser nur das spiel die ganze zeit da muss ich mal vorstellen das ist so knapp warum sind die so lange das so knapp und waren die da unten noch so lange die sind auf der höchsten stufe die wir uns in der letzten session noch freigespielt haben warum sind die so langsam das nächste spiel punkte müssen dann am ende zehn punkte bekommen wenn wir zehn minispiel spielen du möchtest potations künstler spielen ok verloser kunst mit zwei spielst du übrigens falls es noch niemand weiß ich will als buch und er spielt als joshi und wir haben sich die beiden mitgebracht ja hey wie die schon aus was für ein idiot mario licks auf an der licks auf an der mario gewinnt überhaupt einer von gemacht okay wir haben beide gewonnen ist eine guter nicht aus und irgendwie auch zu verleihen wie so etwas gehen mit welchem mit dem ich zusammenarbeiten mit der gewinnen ja immer gewonnen irgendwie ja irgendwie position 52 319 46 danke ich habe mir alle im weg jetzt so eine brücke ich kann nicht übertreten ich bin doch schon tot ich habe noch nicht mal eine einige will ja wie habe ich das nur gemacht mit magic hier ist ein schlag aus dem ich meine wir machen die extrem harten mario bruder fertig wir haben anfang waren so aus als könnten so was reißen aber nein was möchtest du was nehmen wir ja ja wir beide gegen die loser das nicht gegen die jetzt ging es kann nur eingeben ja es kann nur ein grün geben das kann das kann nur einen wahren geist geben unsere alte egos aber es kann nur ein grün geben aber der stadt einfach nur eine übergezwungen er hat gezeigt dass er das super star ist los mal fertig so jetzt reite ich auf dich herum los los schick ja schick er mir die fresse geschlagen glaube ich jetzt nicht gesagt dass er der superstar ist nein ich will nicht mehr in sein reizier sein ich schalke fliegen wir die tc oder das war das vierte mini spiel das mal so war so zwei das ist der aus dem einzigen spiel da muss natürlich kommen ist aber ein jüdiges spiel ich hoffe ich fange nicht an ich möchte nicht anfangen dann ist auch vom besten wieder anfang wenn du anfängst da ist eigentlich nicht so gut wenn wir weniger dinge und doch ich habe mich für den menschen strategisch strategie hier gibt es keine strategie oder wo du möchtest du sagen dass es ja eine 20 prozentige chance gibt es zu schaffen jetzt weil ihr auf extrem sind wissen wahrscheinlich genau wo die dinger sind können die gar nicht wissen das kann doch nicht wahr sein dass man beinahe 50 prozent die schnauze ich werde jetzt sterben ich sehe es voraus doch nicht oh mein gott meine vision da habe mich getäuscht man kann das denn sein wenn wir nicht auch mal joshin latin das haben polypeize das haben von ihm der anderen der falsche grüne ist noch da sollte eigentlich nicht so ablaufen ist das ein fliegender klempfer das hier ach so da ist ja gar nichts da ist ganz schön um wenn er jetzt das richtige bekommt er jetzt richtig bekommen dann krieg ich auf jeden fall das heißt der letzte wäre richtig gewesen ich habe gewonnen ich habe ein glücksspiel gewonnen ich habe das wagen jetzt meine das war das 50 spiel das jetzt es gibt nur die es gibt nur die die zeit ist wie viel kampfspiel es gibt kommt der untertassen kann ich den untertassen so und ballern genau hier so weg von meinem mond bei dem mond von einer unbekannten zivilisation der hat weg geflogen angeschossen habe das ist doch von meiner basis was auch immer ich glaube ich habe einen rekord irgendwie vorgab jetzt komme ich mit 90 was sollen das auch so die welt von den unbekannten entführt werden jetzt jetzt ganz schlimme experimente mit euch ja wir gehen jetzt den unbekannten galaxien wenn du auf dem mond rumgammelt wie kann ich überhaupt außerhalb überleben ich bin ein geist also ich bin doch tot das ist noch zwei ja das ist nur eins gegen eins ja lass mal du kannst auch gegen die computer spielen ja trinken satten das ist das siebte spiel wollen wir auch das wäre gegen wen ich bin euch okay ich brauche euch alle weg so du bist das opfer wir sind die bombe war die terroristen und du bist das opfer los holt euch das opfer das war jetzt nicht so geplant wir sind einfach die super terroristen ich mag das spiel bin ich auch wenn ich mal gewinnt vor allen dingen wenn du wenn du nicht so doof wärst und gesagt ist dass du es auch war bist okay jetzt kommt spiel nummer 8 ich bin immer acht wer soll schwingen er soll springen wir sollen springen ja doch durch greifen musste mich eigentlich gar nicht bewegen ich müsste eigentlich gar nicht springen da ich über boden schwebe schatten kann weggeworfen werden das war nur noch zwei und müssen die ellen machen die richtigen wir haben noch mit eigenwerbung okay und du willst direkt gegen mich ok spiel nummer neun und so ein duell spiel sein ein bringer dann witsch die nur so irgendwie wie die mario fertig schnauze moment mal ich kann doch schweben ich soll ja ich weiß aber auch brennen ok letztes spiel das soll es sein noch mal doch kann man nicht gegen eine antreten lassen computer was geht das gefährlich das gefährlich hey danke war also nichts mehr drin ist auch nicht zu gierig hier habe ich aufzuspinken ich habe noch sagt was hat er eigentlich betreten oh ja nicht wir kämpfen wirst du brauchst doch gar nichts mit geld ja 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 gewonnen so jetzt möchte ich gerne was schönes sehen beim letzten mal saß ich da drin ok das waren zehn minischpiele was müsste jetzt als nächstes kommen das tafel drehen aber jetzt müssen wir zurück gehen zurück dann kriegen wir noch ein paar locker rein ja kronikrawall spiele wie die spiele und erregt eine bestimmte anzahl an siegen totzerstörung es ist die regeln hier gibt es regeln hier gibt es darum zuerst einen von ihr festgelegten machen wir viel spieler und wir machen wir machen wir machen wir machen wir überhaupt jeder gewinnen eigentlich marz und mag er muss irgendwie in so ein teams spiel irgendwie sein springen genauso kann er wieder die scheibe wackelpartie bereits leiste mario grüßig konfirmt so oder so so zum nach vorn noch gerade auslaufen und so in die ballons zu halten welche ballons wenn der wind kommt welche ballons ich habe keine ballons ist kein ballons weiß welche ballons ich meine mit luft drin was warum habe ich noch probleme warum habe ich ja noch probleme hat jede sekunde ich sehe doch wie schief du deinen dinge ich habe mir mit einer hand gehalten also mein bisserl respekt mit einer hand gehalten aber gesehen wie schief das war bei mir das ist eine lüge von mir ein zentimeter irgendwie verrutscht und steigt so blöde die fertigkeit mamma mia spagetti bolognese assist modus 100 prozent dreh die schweiber das ist es ist es ist jäger und sind die beiden roten ja es gibt auch rote burs ich bin aber ein weißer ist mir egal was ist okay wir müssen wir müssen uns bewegen und schwingen und ich habe es mich zu bewegen also muss ich sterb du dem ich ist wie ich steuern an dem ich ist wie ich steuern sterb sterb der jahre 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 bringt irgendwie nichts wenn unsere mache ich ziehe da über nein warum geht der jetzt dahin ja wo der ingegangen ist geflüchtet voller arbeit da bin ich doch voller gute schiff hier offensichtlich nicht so ganz einfach wenn wir arbeit so ich ziehe da ein über mit meiner mann was wäre wenn du und wenn du der sammler ist eine künftige leistung den wechseln aus dem besseren bruder auf meine seite ja es ist ein reitier ist ein reiter du bist ein reitier halt den mund 368 368 so okay quarterback dying back nickelback close ich habe den rücken frei ich hatte ihn blöden nein, schnappt ihr den oh danke lass mich durch nein, nein, nein nein, nein oh danke nein du bist dich nein, nein, nein mach mal den grünen auf oh fuck gib mir jemand das ding so nein, nicht Luigi guck der hat an ninja kick jetzt hättest du noch so ein 360 machen müssen weil die ganze Zeit sag mal geil wieso kriegt da jeder einen Punkt außer ich ich hab bereits wie viele Punkte hab ich jetzt bereits ich glaube ich habe drei Punkte alle anderen haben ein außer ich du bist ein grüner bastard entschuldigung das war sehr viel zu lustig da, weiter schneiden, schneiden, schneiden nein, nein das ging auch oh, ich gegen alle ich werde euch alle erwischen ich werde euch alle töten immer nur alle einen Punkt mehr wenn die gewinnen falls sie gewinnen falls er davon gefällt ja, falls es gut hier ist johnny david letterman wenn wir für sekunden haben wir 30 oh ja was ist das für eine steuerung irgendwie ein fehler in diesem spiel entdeckt ja ich habe so einen kleinen makel in diesem spiel glaube ich oh nein ich sag doch so kann sich so viel so kleine kreise drehen in dem spiel direkt hinter dem bis an jamal hat gewonnen ist das ein dreck okay gut noch etwas wenn ich aber sagen dass ich für bereite ich für mit drei punkten und du hast nur einen latin also hat den mund gesagt erinnert sich noch gleich mit gespielt ja okay oh du gegen uns dann schaffe ich nicht bereit zu verlieren ja jetzt sagt er noch ja ich hätte jetzt so gesagt so nein ich werde nicht verlieren ja du bist es gibt es gibt es nicht so die 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 er hat sogar gar nicht irgendwie gewinnen soweit vorne mit ganz aber gar nicht die spiele machen keinen sinn auch nicht der typ mit dem hut gesteckt dann ist er eben seine hut und ja wir wissen nein ich will nicht das opfer sein sprengt den typen weg ich bin doch schon tot darauf muss ich das opfer sein warum müsst ihr die terroristen sein da ist da können keine tür müssen das weiß auch jeder ja nur klemmt da und die sauer kommt hier drüben in der idioten ich habe ich habe eine sekunde länger überlegt als die man nur von rechten sagt das war scheiße warum dieses spiel dieser spiel macht nur dann spaß wenn du terrorist weil mit haben die anderen auge punkte verhandelt super oh shit also der kack jetzt ja wir wissen es und der lau ja wie geht das jetzt ja auch entweder mit mario oder oder ja oder ich bin also ich rebelliere jetzt mal gar nicht leicht gemacht von dem spiel war ich das mario gewinnen dann gewinnt du nicht ja noch eine lösung für die situation ich kann schon mal manipulieren welches bild muss man machen der blume okay ich nehme ein hier wolke eine wolke nein das sieht aus wie ein pilf das sind die augen das körper da ist der körper wenn ich schon nicht gewinnen kann kannst du auch nicht gewinnen schlechter ja das ist eine wolke sehr gut ist ein schlechter verlieren das stimmt aber guck mal wenn er gewonnen hat und alles nur weil der hier schlechter verlierer ist ja ja wenn ich mein abgrund vernehmen schon ein paar leute mit mario zeigte gar königlich das stimmt nicht das ist ja bloß auf der anderen seite passiert ist der gesehen ist schlicht wie auf diese weiter warten es ist auch alles heißt ja auch mario party also mit dem so ein bisschen mehr zu fordern wichtig mario das war so einfach so in der menge so mario scheiße mario sucks nachdem alle irgendwie so gejubelt haben dann alles still so mario scheiße gay gay okay machen wir noch hier okay ähm äh tafel drehen oder wollen wir dann erst den nächsten paar machen weil das tafel drehen dauert ein bisschen länger wir haben jetzt 30 minuten 30 minuten 30 minuten genau ja dann machen wir im nächsten paar tafel drehen und 3 gewinnt ja also bis zum nächsten mal tschüss